Marc Schrems, die breite Öffentlichkeit, kennt dich spätestens seit deinem Prozess gegen Facebook. Du bist jetzt noch viel aktiver geworden in Sachen Datenschutz und hast vor kurzem eine Organisation gegründet, Neub, None of your business und du sammelst gerade Unterstützung und Gelder dafür. Worum geht es dabei und wieso sollte jemand freiwillig Geld für besseren Datenschutz bezahlen? Das Gesetz reicht aber halt nicht aus. Am Ende muss das Gesetz auch irgendwo mal durchgesetzt werden. Und das war bisher das Problem, dass wir da sehr, sehr wenig Durchsetzung hatten und wenn, es war dann auch sehr vorsichtig. Und das beste Gesetz reicht mir halt nicht, wenn es in der Realität keiner ein hat. Also ich kann riesengroß auf Tafeln schreiben, Parkverbot, aber wenn es in ganz Wien ein Parkscherif gibt und die Maximalstrafe ist 1 Euro, dann packt auch jeder, wo er will. Und das werde ich sozusagen nur darauf lösen, dass irgendjemand da sozusagen mal was tut. Und so ähnlich ist es im Datenschutz. Also wir tragen das da immer vor uns herum als die große europäische Datenschutzlüge und in Wirklichkeit heute sehe ich wenig dran. Und das ist eben die Idee, dass man da als Verein die Möglichkeit hat, das Durchsetzen setzen. Und das ist auch in der Datenschutz-Grundverordnung vorgesehen. Also es gibt in Artikel 80, nach dem sollen eben auch NGOs da bei der Durchsetzung eine Rolle haben. Und Neub soll eben genau da hineinstechen und das machen, weil es eben bisher gerade im privaten Bereich ganz wenig Durchsetzung europaweit gibt. Und vor allem das Spannende ist, ich kann durch Strategic Litigation da europaweit sehr viel rausholen. Also ich muss nicht unbedingt immer national klagen. Und die Idee von Neub ist, dass es ein prinzipiell europäisches Projekt ist. Das heißt, man überlegt sich bei jedem Einzelfall, was ist die ideale Klagsmöglichkeit, in welchem Land kann ich das vielleicht bringen, wo ist es kostentechnisch ideal. Weil wir haben Länder wie in Irland, wo du für eine Klage Millionen Summen auf den Tisch hauen musst. Das ist einfach nur Geldverschwendung. Die Steuern nicht der einzige Grund, warum Facebook und alle in Irland sind. Genau, also wir haben jetzt zum Beispiel ein Verfahren, das gerade vor zwei Tagen rauskommt, wie viel bisher die irische Datenschutzbehörde in einem Verfahren zahlt, hat das laufzeit am Jahrzehnt gegen mich und Facebook, also die haben mich glaubt. Und da haben die bisher für ihre Anwälte 2 Millionen Euro in einem Jahr ausgegeben. Und das kann man hochrechnen, wer auch immer den Fall verliert, die wird ca. das Dreifache zahlen, weil wir haben drei Parteien in dem Verfahren. Das Verfahren wird jetzt noch zum EuGH gehen und nochmal zurückgehen und so weiter. Also es ist sicher mindestens noch das Doppelte an den Kosten. Das heißt, wenn du sagst, du bist ca. bei 5 Millionen am Ende mal drei Parteien bis bei 15 Millionen Euro und die muss irgendjemanden zahlen, der am Ende verloren hat, das ganze Ding. Ich hoffe mal, ich bin es nicht. In meinem Fall ist es so, wir haben ein Agreement, dass ich das sowieso nicht zahlen muss, aber tendenziell wird das in dem Fall wahrscheinlich der irische Steuerzahler zahlen müssen. Lange Rede, kurzer Sinn, als Normalbürger bin ich da, das kann ich vergessen. Und das ist mit der Grund, warum diese Konzerne dort sitzen, in Wirklichkeit in einem rechtsfreien Raum. Weil ich kann gerne die besten Sachen in eine Folgen und reinschreiben. Und das andere Problem im Datenschutz ist, dass wir ganz klassisch sogenannte Streuschäden haben. Das heißt, einer macht was falsch und das strahlt aus in den Rechtsbereich von Millionen Leuten. Und jeder von den Millionen Leuten, da ist die Rechtsverletzung so klein, dass sich das Klagen auch nach dem österreichischen System nicht auszahlt. Das heißt, man muss das kollektivieren, so ähnlich wie man das im Verbraucherschutz macht, wo es halt einen VKI gibt, der dann sagt, gut, da war eine Klausel in den AGB von, was weiß ich, der Telekom, die schlichtweg nicht erlaubt ist. Keiner von den Millionen Telekom, die haben konzentriert das Klagen, weil es als Privatnutzer schlichtweg nicht dafür steht. Aber wenn das einer kollektiv für alle macht, dann ist das Problem bereinigt. Ich hätte was im Datenschutz auch machen müssen, dass man das wieder kollektiviert und diese Streuschäden eben wieder dann durch eine kollektive Rechtsaussetzung halbwegs für sinnvolle Preise durchsetzen kann. Weil wenn jeder Nutzer einzeln anfängt zu sagen, ich hätte gerne diesen Datensatz gelöscht, den ihr illegal über mich habt, dann können eine Million Leute für eine Million Richter mit einer Million Zeugen die gleiche Löschung sozusagen beantragen. Das ist einfach nur deppert. Und das ist etwas, was NGOs übernehmen können und was man überhaupt machen soll. Die Idee ist aber, dass NeuApp nicht unbedingt alles selber macht, sondern hauptsächlich eine Hub-Funktion hat. Also wo, ich sage, gut, es gibt irgendeinen Techniker, der irgendwas rausgefunden hat, was irgendein App-Orgist tut. Die melden uns das. Wir kooperieren mit Vereinen wie CCC und so weiter, wo man einfach regelmäßig Kontakt hat und sagt, wenn ihr jemanden hört, wenn ihr was hört, lasst es uns wissen. Wir können auch rechtlich dann was tun. Weil technisch kann man viele Sachen lösen, aber es gibt gewisse Sachen, die kann man einfach wieder nur rechtlich lösen. Und gerade die Kombination von diesen Sachen macht es eigentlich dann wirklich das Krautfeld. Und so ähnlich ist es dann, das ist auf der Seite herausfinden, was läuft. Auf der Seite Durchsetzung ist es auch so ähnlich. Da gibt es dann ausnahm mal in den Niederlanden, in Frankreich und so weiter eh schon bestehende Organisationen, wo es dann interessant ist zu sagen, naja, in dem Fall ist die Jurisdiktion dort wirklich interessant, um das dort einzubringen. Kooperieren wir mit der dortigen NGO in diesem Fall. Da haben beide was davon, die kriegen einen fixwertigen Fall von uns hin. Wir haben jemanden, der lokal dahinter ist, der dort Anwälte hat, der dort Netzwerk hat, was wir einfach nicht haben und das entsprechend zu kooperieren. Es gibt aber zum Beispiel auch Länder wie Irland, wo es nicht wirklich irgendwie einen Verbraucherschutz gibt oder einen Verbranntort, mit dem man wirklich kooperieren könnte, weil die selber auch alle kein Geld haben. Wo wir dann eben die Möglichkeit haben wollen, dass wir das auch selber machen. Also dass wir im Kern den Lückenfüller spielen. in dem bestehenden System und nicht unbedingt irgendwas dazu noch bauen, wo es es eh schon gibt. Es klingt, was du da erklärt hast, äußerst sinnvoll. Also quasi neu, der Missing Ingredient, aber auf der anderen Seite auch noch unfassbar viel Arbeit. Ja. Wie viel Geld sammelt sich jetzt erstmal ein, was ist euer Ziel, um den grundlegenden Betrieb gewährleisten zu können? Ja, also ich meine, an Arbeit wird es uns sowieso nicht anders. Ja, das denke ich. Und was für uns jetzt wichtig war, ist, dass man einfach ein Kernteam finanzieren kann von professionellen Juristen und Technikern. Und es ist auch ganz wichtig, dass beide Seiten kooperieren. Weil einfach die Juristen, weil sie überhaupt keine Ahnung haben, was da technisch abgeht. Auf der technischen Seite habe ich überhaupt keine Ahnung, was da eigentlich erlaubt ist. Weil man baut halt einfach einmal, weil es geht. Und die Mischung ist mir extrem wichtig, dass wir die von Anfang an drinnen haben. Und was wichtig ist, ist, dass wir zumindest zwei, drei fixe Jobs anbieten können, die mal ein Kernteam sind, die auch dauerhaft da bleiben. Weil wir haben im NGO-Bereich das Problem, dass da wirklich sehr wenig bezahlt wird, dass oft Job-Einsteiger sind, die halt dann schnell wieder weg sind und weiterarbeiten wollen. Und unsere Idee war, das kann man eigentlich nur sinnvoll machen, wenn man ein Kernteam finanzieren kann, wo man weiß, das ist im Prinzip auf Dauer angelegt. Und an das kann man dann wahnsinnig viel dran bauen mit Projekten und so weiter und so fort. Aber ich finde keinen Spitzenjuristen, der sagt, ah, für drei Monate Projekt ziehe ich nach Wien. Und nachher weiß ich dann nicht, was mein nächster Job ist. Und deswegen verlasse ich eine Anwaltskanzlei. Das gibt es praktisch nicht. Das heißt, wir müssen ein Kernteam ordentlich finanzieren können. Und dafür ist so die absolute Unterkante, die wir uns gesetzt haben, 250.000 Euro im Jahr. Also wir suchen sozusagen vor allem Dauersponsoring und Fördermitglieder. Und das ist natürlich auch das Problem, weil heutzutage die Leute sagen, ja, irgendwo 100 Euro spenden, ja. Aber für 20 Euro Mitglied werden das schon mal gar nicht. Und gleichzeitig brauchen wir genau das Commitment, um Leuten erklären zu können, wie ihr Job nächstes Jahr noch finanziert ist. Und das ist genau sozusagen die Balanceakt, die wir zusammenbringen müssen. Wie viel habt ihr bisher eingesammelt an Spenden oder an Dauerunterstützung? Wir sind jetzt hier gerade bei 75%. Wir sind ein bisschen über 180, 190, sind wir mit dem, wo ich ganz kurz schaue, weil ich bin kein Zahlenmerker. So, ich rufe das jetzt gerade ganz live ab. Ja, sind wir bei 187, so was, 188, ja. Und also bei gut 176%, 76%. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, ob die letzten zwei Wochen den Rest noch auffüllt. Also es ist durchaus noch Raum, der da ist. Die traurige Panik, nachdem wir alles datenschutzkonform machen, haben wir natürlich keine Tracking-Pixel, die die Leute nicht sozusagen wiederverfolgen, die mal auf der Seite waren. Verstehst du dann da und denkst dann, damn it. Das heißt, wir sind dann wirklich darauf angewiesen, dass die Leute sich da auch selbst informieren und selbst herkommen. Das ist lustig, weil ich habe Beschwerde-Maze bekommen, dass man sozusagen ja gar nichts mehr davon gehört hat. Und es war so, drei Monate am Tag war es. Aber natürlich können wir nicht machen, dass jetzt die Werbung hinterherläuft die nächsten drei Monate. Aber die Leute sind jetzt teilweise schon positiv, sozusagen beschweren sich, wenn die Werbung nicht hinterherläuft. Wow, das ist so. Da bin ich schon vorgegangen, dass ich immer so, wie beschwert sich bei einem Datenschutzverein, dass sich die Werbung nicht hinterherläuft. Ich meine, das waren Einzelfälle, aber ich habe schon ein bisschen mich hineingrenzen müssen. Also das geht sich jetzt auf jeden Fall aus. Leserinnen, Leser unbedingt Unterstützer werden. Jetzt, nachdem das Video rauskommt, sowieso. Aber was würde passieren, wenn ihr die 250 nicht schafft? Was, wie gesagt, auf gar keinen Fall passieren wird. Naja, ich meine, es kann durchaus noch sein. Ich habe mir ja ursprünglich am Kickstarter gemacht, weil ich gesagt habe, ich finde das Projekt eine gute Idee. Die Frage ist halt, ob die Finanzierung am Ende. Und für mich war das eine Möglichkeit, sozusagen eine Entscheidung herbeizuführen. Und ich habe mir gehofft, das ist eine ganz klare Entscheidung. Entweder so in die Richtung, das geht schnell einmal durch die Decken, das passt. Oder es ist so ein, kein Mensch interessiert sich, Rottkapierer, wieder löschen, fertig, die Wahrheit nicht. Und jetzt sind wir halt so genau an der Kante dahin, wo das dahin fußt. Und das ist sozusagen jetzt emotional für den Betroffenen das irgendwie uneinigste, was du laufst dann sozusagen zwei Monate, um zu schauen, was das ist. Ich meine, das ist eh super. Also im Vergleich zu anderen NGOs, die sagen, in so kurzer Zeit so viel Unterstützung, das ist eh praktisch nicht gesehen. Zwei kurze Fragen noch abschließend, weil du es vorher erwähnt hast, diese Tracking- oder Remarketing-Pixel, zum Beispiel das Facebook-Pixel oder so, das ist ja mittlerweile auch Blogger und kleineren Webseitenbetreibern zur Verfügung stehen, diese Technologien. Ist das schon ein Verstoß gegen den Datenschutz, der Einsatz solcher Pixel? Ich glaube, es ist interessant, ob es sozusagen von der Zustimmung umfasst ist, über das muss man sehr in Wirklichkeit spielen. Und dann stellt sich die Frage, ist das ein Problem eigentlich von Facebooks Zustimmungssystem, dass da halt einfach auf 24 Seiten da drinnen steht, was die alles tun. Und meiner Meinung nach da informierte Zustimmung wahrscheinlich nicht da ist. Wenn der Tracking-Pixel auf einer Pornoseite ist, oder das war vorher schon bei den Like-Buttons so, als die dort waren, dann kann halt Facebook genau wissen, wie lange man sich welche Nacker der angeschaut hat. Und ob das jetzt von der Zustimmung eines Nutzers unbedingt umfasst ist, voll informiert und freiwillig und so weiter, wage ich zu bezweifeln. Aber wenn man das jetzt weiterspinnt, es gibt ja, bei Google gibt es technisch andere, aber ähnlich gelagerte Problematiken, wenn man jetzt auch bedenkt, dass Google, wie viele Nutzer Google-Services benutzen und wie viele Webseiten wiederum Analytics verwenden und die das alles zusammenführen können. Und wenn man jetzt sozusagen Amazon, der dritte großer Player, gehen wir jetzt von einer Welt von über übermorgen aus, in der diese ganzen Datenschutzbestimmungen konsequent durchgesetzt werden und wo sich auch jeder daran halten muss, könnten die großen Player, so wie sie jetzt agieren, dann zusperren oder beziehungsweise würden ihre derzeitigen Geschäftsmodelle deinen Einschätzungen auch gar nicht mehr funktionieren. Ich glaube, wir haben da vollkommen falsche Debatte im Datenschutz, die Frage, ob es sozusagen schwarz-weiß geht oder nicht, sondern es ist eine Frage von wie viel geht und ich glaube, so muss man das auch sehen. Marketing online wird es immer geben und das ist auch okay und das ist auch kein Problem. Es ist aber nicht so, dass es keine Online-Werbung gibt, wenn es kein personenbezogenes Tracking mehr gibt. Ja, also was war Google AdSense und AdSense am Anfang, es war kontextbezogen. Genau. Woher, wenn du eine Seite über, weiß nicht, Autos anschaust, dann findest du Autowerbung drauf. Ja, dafür habe ich noch kein einziges Mal personenbezogene Daten angegriffen, da habe ich eigentlich nur die Seite angegriffen. Dann kann ich schauen, okay, kann ich irgendwie halbwegs anonymisierte, pseudonymisierte Targeting machen, im Sinne von, wenn sich jemand mit einer IP-Adresse einloggt aus Wien, da kann ich sogar die letzten Ziffern weg tun und weiß noch, okay, das ist halt irgendeine IP-Adresse aus Wien, dann kann ich vielleicht Werbung, die relevant geografisch ist, entsprechend einspielen. Und das sind alles Sachen, da habe ich noch nie personenbezogene Daten angegriffen, wenn ich es technisch gut umsetze. Und dann kann man sozusagen Stück für Stück für Stück sich weiter vortasten und dann stellt sich die Frage jetzt beim Online-Tracking zum Beispiel, müssen die wirklich die Suchen, was ich gesucht habe, die letzten zehn Jahre wissen, um irgendwie noch 0,01% mehr Klickwahrscheinlichkeit zu generieren oder wo ist da sozusagen die Verhältnismäßigkeit, ist es relevant, was ich die letzten zwei, drei Wochen gesucht habe oder angelegt habe, wenn man merkt, okay, der, weiß nicht, interessiert sich gerade für ein neues Auto oder sowas. Oder muss ich da wirklich die Informationen der letzten Jahre hervorkraben und abspeichern? Und ich glaube, das ist die Debatte, die man da haben muss, rechtlich, aber auch jetzt in der Öffentlichkeit. Generell glaube ich, dass man bei vielen Dingen, die Unternehmen das jetzt nach der neuen Zustimmungsregelung packagen müssen. Die müssen dann irgendwie erklären, was ist dein Benefit als Nutzer und sich dann dazu spezifisch eine Zustimmung holen. Und damit ist dann wieder relativ viel möglich. Aber das ist der Punkt, wo ich als Unternehmen mal dem Nutzer erklären muss, was hast du davon? Was ist dein persönlicher Vorteil? Und diese Zustimmung dem auch verkaufen muss, unter Anführungszeichen. Bisher hat man sich die Zustimmung in Wirklichkeit aufladert oder einfach gar nicht gefragt und sich dementsprechend bedient. Und es ist nicht ungesund, glaube ich, für Unternehmen, wenn sie sich mal überlegen müssen, wie kriege ich einen Nutzer dazu, dass der selber dieses Produkt haben will, was ich ihm da anträhe. Und das ändert dann auch ein bisschen sozusagen die Regelung von wegen, wenn du nicht zahlst, dann bist du das Produkt. Weil wenn die mal Zustimmung brauchen, dann wäre ich vielleicht wieder mehr zum Kunden. Und letzte Frage, wie geht es jetzt weiter mit dem Facebook-Prozess? Also wir haben ja zwei Prozesse, der eine läuft in Irland noch, das ist die geschichte Datentransfers in die USA. Und dann haben wir die Sammelklage, die gerade beim EuGH, das ist das österreichische Verfahren, da geht es um viel mehr, da geht es eigentlich eher um, was Facebook so als Unternehmen mit den Datenformen, damals am 25., also nächste Woche, das Urteil vom EuGH, ob die Sammelklage so zulässig ist oder nicht. Da werden wir dann schauen, was die dazu sagen. Bisher ist es so, die Mitgliedstaaten sind auf unserer Seite und die Kommission haben gesagt, Sammelklage geht. Der Generalanwalt beim EuGH sagt, Sammelklage geht nicht. Der Hintergrund ist jetzt nicht, dass die in Wirklichkeit ein Problem mit der Sammelklage haben. Also der Generalanwalt hat auch gesagt, wir brauchen unbedingt eine europäische Sammelklage. Die Problematik ist eine ganz technische. Da geht es darum, was ist ein Verbraucher? Und nur wenn du Verbraucher bist, hast du Gerichtstand in Wien in dem Fall und sonst bist du eben in Dublin zuständig, die kennen keine Sammelklage und das ist so teuer, dass es nicht geht. Das will natürlich Facebook. Ich sage, naja, wenn ich einen anderen Verbraucher vertrete und selber kein Geld dabei bin und selber Verbraucher bin, dann bin ich genauso schutzwürdig wie der erste Verbraucher. Da gibt es keinen Unterschied. Und da ist die ganz technische Rechtsfrage, das ist, wo liegt die Zuständigkeit bei der Rechtsnachfolge und der Verbraucher? Das heißt also, das ist die eine Variante, dass das wirklich abgewiesen wird aus den erläuterten technischen Gründen. Die andere Variante ist, dass ich als Privatperson weiterklagen kann, dann ist es halt keine Sammelklage mehr, sondern ein Musterverfahren. Das ist in Wirklichkeit jetzt aus Facebook-Sicht genauso geschissen, weil wenn er feststellt, dass das, was die tun, illegal ist, heißt das, dass jeder klagen kann. Und dann kann man auch zum Beispiel in Irland sowas nochmal einbringen und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn, das Wimmerl während nicht los. Die Frage ist nur sozusagen, ob man es über eine Sammelklage aufhängt oder ob man es als Musterverfahren macht. Beim Musterverfahren ist natürlich die Idee von Facebook, dass wir das nicht finanzieren können, weil das kostet wahnsinnig viel. Allerdings, also da gibt es schon genug Töpfe, dass man da noch rechter Zeit an Spaß haben kann. Also, das ist nicht das Problem. Für die wird wahrscheinlich die Idee gewesen sein, ursprünglich das gesamte Verfahren für uns zu lässig erklären. Die haben auch über 10 Punkte einbracht, warum das alles nicht angehört werden darf von einem Gericht. Da sind alle rausgeschmissen worden von den Punkten über halt die verschiedenen Instanzen. Da bleibt jetzt nur noch diese eine Frage eigentlich übrig, Musterverfahren oder Sammelklage. Und wenn die Klage nicht abgewiesen werden würde und jetzt durchgeht beim EuGH als Sammelklage, was wären dann die nächsten Schritte? Das Ganze landet dann entweder als Musterklage oder als Sammelklage halt wieder beim Landesgericht in Wien. Und dann muss man in den Inhalt gehen. Wir haben jetzt drei Jahre lang gestritten, wo überhaupt Zuständigkeit besteht oder Nicht-Zuständigkeit besteht. Wir haben noch kein Wort des Inhalts der Klage behandelt bisher. Dann geht es halt darum und da haben wir schon das rausgesucht, was die Crème de la Crème der Rechtsverletzungen ist von Facebook. Also, da habe ich jetzt wenig Bauche, dass das nicht recht schwierig durchgeht. Natürlich die Frage, kann man so eine europäische Sammelklage bauen, so wie wir das gemacht haben, war klar, das wird zum EuGH gehen. Das habe ich gleich bei der ersten Pressekonferenz, wo die Frage war, wie macht ihr das, gesagt, das ist eine Frage, die wird wahrscheinlich beim EuGH entschieden werden. Also, so weit ist es im Plan und vorab sehbar. Wir haben halt, wenn du dir anschaust, was die Literatur und so weiter dazu sagt, ist die zu 95 Prozent der Meinung, dass das gehen müsste. Natürlich nicht in der Frage Sammelklage, sondern Rechtsnauffolge. Also, die Frage, wer wird sozusagen der Rechtsnauffolger? dass das am Ende die Gerichte potenziell auch anders sehen können, war klar. der BGH in Deutschland hat es zum Beispiel schon mal anders gesehen, aber das ist 20 Jahre her. Das haben wieder andere Gerichte in Deutschland wieder nicht so gesehen. Also, es war klar, dass das einfach eine Debatte sein wird, die geführt werden muss. Das war allen klar. und ich hoffe, wir machen. Bis zum nächsten Mal.